Dann würde ich das Wort direkt übergeben an Herrn Diekmann der Interessensgemeinschaft Hauberstadtstraße. Ja, hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Daniel Diekmann. Ich wohne seit fast 20 Jahren in der Hauberstadtstraße. Das ist die ehemalige Charité-Papageienplatte, die sich jetzt ganz zufällig in der südlichen Blockrandbebauung des BND-Komplexes befindet. Also eine anderthalb Fahrradminuten von der Charité entfernt, ebenso auch zum Bundeswehrkrankenhaus. Ja, mehr als 15 Jahre Kampf um Zuhause. Die Interessengemeinschaft Hauberstadtstraße hat sich bei dem ersten Verkauf des Landes Berlins 2006 gegründet, deren Sprecher ich bin. Verkauft wurde dieser Wohnblock mit 120 Wohnungen, 5100 Quadratmeter Wohnfläche, fünf Aufgänge für 2 Millionen 20 Tausend Euro. Damals war das BBM, beziehungsweise Charité Facility Management CFM, an einen Charité-Arzt. Die 120 Wohnungen befinden sich in der Hauberstadtstraße 40, 42, 44, 46 und 48. 2007, 2008 gab es eine umfangreiche energetische Sanierung. Wir bekamen 350 neue Fenster. Wir bekamen ein ganz nagelneues Wärmeschutzverbundsystem und alles, was dazugehört. Die Decken wurden voll isoliert, sowohl im Dach als auch im Kellergeschoss. Und über alle fünf Aufgänge, also über den ganzen Wohnblock, rechtlich gesehen, handelt sich wohl um fünf Häuser, kam eine sogenannte Photovoltaik-Solarkraftwerkanlage in drei Reihen. Das nennt man dann maximal vollflächig. Die Kosten für die energetische Sanierung ohne Kraftwerk lagen bei 720.000 Euro, die wir als Mieter natürlich mit 11% Modernisierungsumlage gestemmt haben. Ewigkeitsgarantie, wie man so schön sagt. Ja, und dann ging es ja los. Jede freie Wohnung wurde saniert und wurde zu einer Ferienwohnung umgebaut. In den Medien kursieren immer wieder so Gerüchte, ja, man hätte daraus ein Hotel machen wollen. Aber in der ehemaligen Papageienplatte, Charité-Papageienplatte, gab es gebaut mit öffentlichen Geldern. 1984, 83 angefangen, 84 fertiggestellt. Ein Traum heute. Für ein Jahr Bauzeit. WBS 70 Wohnbaujahre-Serie 70 ist das. Also heute, sagt man, modulare Bauweise ohne Verluste mit Flächen, sondern ganz toll geschnittene Wohnungen mit 30, 40, 45 und dann gibt es noch 50 und 70 Quadratmeter Wohnungen. Ja, jede Wohnung, die frei wurde, wurde dann saniert. Und warum? Weil es nämlich schon in dem Haus die Pension der Charité gab. Das heißt, wenn da Patienten in der Charité lagen, konnten die Angehörigen kostengünstig bei uns im Haus wohnen. Ach ja, und dann gab es natürlich noch den MedClub. Vielen ist der noch bekannt und die waren da alle fleißig feiern. Und dieser Jugendclub, Medizinerclub, MedClub, wurde dann natürlich, als das verkauft wurde, an die GbR Klust und Bodemann sofort umgewandelt. Und da kamen dann auch noch Hotelzimmer rein. So, und jede frei werdende Mieterwohnung wurde dann umgewandelt in eine Ferienwohnung. Und alle, die sich damit auskennen, wissen, sobald Wäsche-Service und Reinigungsservice angeboten werden und auch durchgeführt werden, handelt es sich um eine gewerbliche Nutzung. Und das war dann vorbei mit dem Zweckentfremdenverwurtsgesetz 2013-2014. Es wurde dann zunehmend ungemütlicher für die GbR und Dr. Klust und Bodemann. Und dann haben die das eben gewinnbringend dann für 20 Millionen, so sagt man, 2017 dann weiterverkauft. Dann die heutige Eigentümerin, die Arcadia Estate, um Dr. Pichotter. Ja, seit dem zweiten Verkauf geht es also mit den Spekulationen um Baugenehmigung und Abrissanträge weiter. Mieter wurden durch Kaltmieter rausgedrängt. Sebastian Bartelt sagte es eben schon, also das fing auch bei uns so ganz langsam an. Warum wohnen sie eigentlich hier und wir wollen hier Modernisierung machen. Und wenn dann die Eigentümer jedes Jahr durch die Wohnungen gehen und die Krankenschwester fragen, wie viele Zahnbürsten sie denn im Bad hat und wie viele Leute denn da wohnen. Und dann wird das auch den Leuten langsam ungemütlich. Und die älteren Herrschaften, die also ihr Leben lang in der Pflege gearbeitet haben und dann da jetzt ihren Ruhesitz haben, haben dann die Flucht ergriffen, als man ihnen gedroht hat mit Modernisierung. Und kein Stein bleibt hier auf dem anderen und das wird so laut und so ein Krach suchen sie lieber was anders. Die ersten kriegten gar nichts, die nächsten dann 3000. Und uns hat man jetzt 30.000 angeboten. Wir sind jetzt also noch mit neun Altmietparteien, mit unbefristeten Charité-Werks-Mietverträgen. Das ist eine Sonderform von Mietverträgen und die Eigentümerin ist sich offensichtlich bewusst und hat jetzt gerade in der Nachkrise noch mal 1000 Euro pro Quadratmeter, also 40.000 Euro für eine 40 Quadratmeter Wohnung angeboten. Entsprechend ist das natürlich mehr dann bei den größeren Wohnungen. Ja, so wurden eben durch einen Kaltentmieter, wurden eben dann die Leute da ausgedrängt und dann hat man denen auch zuweilen beim Auszug geholfen. Und so wurden mit der Zeit 85 Wohnungen leergezogen und die Zweckentfremdung nachgewiesen und vom Bezirksamt Mitte dann 2018 festgestellt. So, es gab also das Zweckentfremdverbotsgesetz des Wohnungscharf und dementsprechend musste das für jede einzelne Wohnung nachgewiesen werden. Ja, also wer sich das angucken will, diesen langen Kampf, kann sich das gerne ansehen bei YouTube. Da gibt man dann die Habersatzstraße ein und dann kann man sich das dort mal ansehen. Es gibt viele Presseberichte dazu und so ein langer Kampf ist natürlich, ja, hat viel Nerven gekostet. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, Abriss verhindern. Also es ist ja so, dass natürlich der neue Eigentümer mit dem Bezirksamt verhandelt hat und hat gesagt, nein, nein, ich will jetzt die 120 Wohnungen abreißen und da sollen Luxusapartments hin. Und es ist ja eben, man sieht das auf dem Foto hier und man kann die Photovoltaikanlage sehen, das ist ein Luftbild. Im Hintergrund sieht man das braune Gebäude, den BND, im Vordergrund sieht man den Garten. Das heißt also, wenn ich das mal ganz großzügig nehme, dann ist das Grundstück halb gebaut mit diesem Flachbauriegel und die andere Hälfte ist Garten und Parkplätze und Spielplatz haben wir da jetzt eingerichtet. Wir haben nämlich drei verschiedene Hausgemeinschaften momentan. Das ist einmal die ukrainischen Bauarbeiter, die ihre ganzen Frauen, Kinder, Tanten, Onkel, Oma, Opa alle mit aus dem Krieg geholt haben, die jetzt bei uns in der 40 und 42 wohnen und da haben wir den Kindern einen Kinderspielplatz im Garten eingerichtet. Und dann gibt es ja die Gemeinschaft der Bestandsmieter, das sind so zwischen 12 und 15 Personen und dann gibt es ja seit fast einem Jahr oder zum Ende des Jahres wird es ein Jahr, haben dort 50 bis 60 ehemals obdachlose Menschen in den Wohnungen dann da ein Dach über den Kopf gefunden. Und darüber gibt es eine Vereinbarung oder gab es eine Vereinbarung zwischen dem Bezirksbürgermeister von Dassel und dem Geschäftsführer Dr. Pichotta von der Arcadia Estate. Das ist eine 20-seitige öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die natürlich geheim ist. Das heißt also, wir wissen nicht, was da drin steht. Und naja, das ist eine wechselvolle Geschichte. Es gibt auch gerade wieder neuen Berichte in der Taz, also ihr könnt das alles nachlesen, wenn ihr das im Internet eingebt oder guckt auf unserer Twitter-Seite Neue Heimat Mitte oder Interessengemeinschaft Habersatzstraße. Ja, geplante Abrisse, ganz egal wo, ob in Mettmann-Kiez, Tegeler Straße 1 bis 7 oder Fenstraße 33, 34. Durch Bayer sollen dort 140 Altbauwohnungen energetisch saniert vernichtet werden oder auch das Jugendzentrum in der Rathenower Straße 15 bis 18 oder eben gleich bei uns um die Ecke. Die Chausseestraße 32, wunderbarer Altbau. Die Chausseestraße 53, das ganze Ding steht seit der Wende leer. Und viele andere, mehr, bleiben so wie die Habersatzstraße 40 bis 48, müssen sofort gestoppt werden. Nicht nur aus sozialen, ökologischen und stadtpolitischen Gründen. Vielleicht mal so ein paar Zahlen, die wir uns erarbeitet haben. Die Bauindustrie verursacht rund 230 Millionen Tonnen Bau- und Sondermüll und ist für 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Jetzt stellen wir uns die Frage, warum bauen, wenn der Wohnraum schon da ist, wenn der Wohnraum schon vorhanden ist. Warum muss man nur für Rendite intakte Bestandsgebäude einfach abreißen und dann entsprechend alles wieder zu betonieren? Jetzt gibt es wieder eine Verwertungskündigung. Die habe ich euch mitgebracht, weil man das gar nicht glauben kann, wenn man das nicht gesehen hat. Das ist dieses dicke Buch hier. Diese Verwertungskündigung hat 160 Seiten. Sebastian Weipel sprach es eben schon an, in dieser Verwertungskündigung gibt es alleine 80 Seiten eines Verwertungsgutachtens. Das kommt von dem zauberhaften Professor Puche, der hier in Berlin bekannt ist. Der Gutachter macht also Gutachten für die Eigentümer. Das, was bestellt wird, wird geliefert. Was brauchen Sie? Modernisierung? Oder soll es dann gleich ein ganzer Abriss sein? Ja, und dann gibt es eben auch da, wie Sebastian Bartels das schon eingangs sagte, unglaublich wunderbare Beschreibungen von Schallschutz. Also bei uns sind die eingehangenen Treppenwangen mit den Wänden verbunden und das ist nicht mehr statthaft. Und die Böden sollten 11 Zentimeter aufgedoppelt werden, um den Schallschutz intakt zu bringen. Also völlig absurde Geschichten. Wenn sich das ein Architekt durchliest, der sagt, um was geht es eigentlich hier? Was ist das? Was wird da gemacht? Naja, und dann gibt es natürlich da Szenarien, die da aufgeführt werden. Hier geht es einmal dann Szenario 1, 2 und 3 und dann kann man am Ende, kommt man dann zu dem geistreichen Schluss, dass man eigentlich nur noch abreißen kann. Ja, wir sollen also jetzt endgültig mal wieder, ich glaube es ist meine 17, ich habe die 17 Abmahnungen und 6 Kündigungen. Also man entwickelt da ja auch so eine gewisse Routine dann im Umgang mit solchen Katastrophen. Wir sollen also jetzt, ich verstehe den Fetisch nicht ganz, aber wir bekommen immer Kündigungen zum 1. Mai. Das heißt, wir sollen jetzt wieder zum 1. Mai 2023 ausziehen und die Wohnung Besenrein übergeben. Ja, dabei möchte ich auch nochmal auf das zurückkommen, was der Bastian Bartels eben gesagt hat. Unterlassene Instandhaltung und auch Wartung schlagen für den Eigentümer positiv zu Buche. Das muss, unser Appell an die Landespolitik, das muss umgehend aufhören. Das kann nicht so weitergehen, wenn man ein Gebäude erst verrotten lässt oder erst vergammeln lässt und anschließend sagt, naja, also im Dach oben regnet es rein, unten läuft das Wasser wieder raus und die Fenster sind auch kaputt und Türen sind auch keine mehr drin. So geht das natürlich nicht. Ja, Abriss verhindern aber wie? Ja, weitere Böden und Flächenversiegelungen, das würde nämlich der Neubau bedeuten. Momentan streitet sich der Bezirk in der Baugenehmigung noch um die nachgewiesenen Spielplatzflächen, aber das muss eben auch sofort gestoppt werden. Und unter diesem Umweltaspekt, unter dem Klimavorbehalt, höre ich immer in der Bezirkspolitik, das geht nicht, das können wir nicht finanzieren, Klimavorbehalt. Ja, also wie? Erklären Sie mir bitte, erklärt man dann einen Abriss. Ja, Habersatzstraße 40 bis 48, hatte ich eben schon gesagt, ist eben zur Hälfte Gebäude, zur Hälfte Garten, das würde alles zugebaut. Die Wohnungsnotlage ist erklärt worden, Abriss vom günstigen Wohnraum muss sofort gestoppt werden. Wir schlagen vor, Gegengutachten zu machen und Verkehrswertgutachten durch die Bezirke oder das Land Berlin zu erstellen und dann eben auch klarzumachen, was das für ein Stück aus Absurdistan ist, wenn bestellt wird und dann geliefert wird durch die Gutachter. Mit dem Bauland Mobilisierungsbesetz wurde der Paragraf 250 im Baugesetzbuch geschaffen. Die Umwandlung von Mietwohnungen, Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen kann man damit stoppen und auch damit den Abriss verhindern, denn wurde eben auch schon gesagt, was wird denn dann gebaut? Dann werden natürlich, weil es finanziell gar nicht anders geht, werden nämlich Eigentumswohnungen gebaut. Und hier gab es diese absurde Geschichte mit dem Bezirk, dass eben 120 Wohnungen abgerissen werden und laut Zweckentfremdung müssen dann 120 neue gebaut werden nach der Zweckentfremdung. und da hat sich der Bezirk irgendwie auf 30 Wohnungen geeinigt. Irgendwann gab es dann ein neues Brandschutzgutachten, wo dann auf einmal der Eigentümer gesagt hat, naja, jetzt muss ich das doch einsehen, es schützenswerter Wohnraum, 120 Wohnungen muss ich dann nach Zweckentfremdung bauen. Also wie geht das? Und warum will man dann 120 Wohnungen abreißen, wenn man das gleiche dann für 7,92 dann neu bauen soll? Bei Verfall der Häuser, die Häuser mit einem Treuhänder der Vermietung wieder zuführen und den Abriss schafft eben keine einzige bezahlbare Wohnung mehr. Und die Habersatzstraße, da gebietet das schon die Geschichte, sollte rekommunalisiert werden und zwar jetzt. Ja, die Arcadia Estate sucht nun auch schon zum dritten Mal einen neuen Käufer. So wie uns gesagt wurde, war das erste Los bei 30 Millionen, das zweite bei 40 und neulich wurde 46 Millionen aufgerufen, denn jetzt werden ja alle Langzeitmieter gekündigt und die ehemals obdachlosen Menschen stehen vor der Räumung. Ja, also die unendliche Geschichte der Spekulation geht weiter. Das Zögern und Zaudern muss endlich aufhören und der desaströse Wohnungsnotlage muss endlich ein Ende haben. Packen wir es endlich an. Keine Wohnung ohne Menschen und keine Menschen ohne Wohnung. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Liebmann. Dann will ich das Wort direkt weitergeben. An so ich das verstanden hatte, sollte Herr Wolfgang Mahnke zuerst das Wort ergreifen und danach wird Klaus Helmerich ergänzen von der Liederwerkstatt Schlauvenburg. Bitte sehr.